KONNICHIWA hey leute und willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal wir spielen ein bisschen wohn und wohnen ist den timoria punkt die die server ob man nice darmin erst mal wie gut ich habe einen neuen skin kann ich euch mal kurz zeigen der sieht ziemlich schön aus der lila flamme praktisch an den händen und ich habe auch eine locke glaube ich können die ja der da der oben muss ich wieder anziehen brust lecker alles klar ich schwöre der denkt ich bin pink gut so eine schlechte verbindung hatte noch gar nicht egal nächste runde ich habe ja übrigens das kit ausgewählt was cherry cherry thd gehört das ist einfach nur eine angel mit mir schwert eisenschuhen eisenhelmen und der brust und die die rosen und die brust wenn niemand kommt please haben wahrscheinlich alle angst vor mir he he gar nicht abgehoben oder so die 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 so gehen wir mal wieder wenn man kettig einnehmen geht es schneller kommt zufällig genau das ist übrigens der kit erstelle charitia den props an dich ist ein kleines kid ich glaube ich wurde von ihm ich habe ihn gefickt weil ich ja ich gebe ihm auch besseren combos ja geht er dauernd die zu den die damit sparschen als ob ich den getroffen habe ich habe mich nicht so getroffen begangen ja mann es läuft doch bei mir ab und zu mal nein ich hab das wombo-combo-kit gebe ich wieder umbekommen erst mal geppelt erst mal geppeln komm schon geppelt besser geworden ich verkack das warum verkack ich das gerade kurzen combo ansatz ich denke wir sollten geppeln zur sicherheit hat aber ich glaube noch beide kapitel deswegen müssen wir ein bisschen vorsichtig sein ich bin ein bisschen angekratzt es tut mir leid es ist eben wie gegen charitia den reis den typen finde ich gern kämpft nicht so gut deswegen kann ich mir auch gerade diese hits geben das finde ich geil aber nicht geil ah kurze eine combo aber gg abgehoben als ob ich gerade nur gewinne sichtbar nice go 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 Ja, wahrscheinlich, ne? Ich plante Lava, die einfach nicht funktioniert. Nice, ja, easy. Finde ich jetzt geil. Vor allem wenn wir meine Healix Potions dann auch nichts mehr bringen. Hier gibt's auch Falling Damage. Ah, fuck. Oh, da oben ist der Typ. Das ist mal so eine kleine Androhung. Ich hab keinem. What? Fuck, ein Herz. Das ist knapp. Trotzdem nochmal GG schreiben. Geh aber in den nächsten... Muss man sich sowas wirklich beweisen? MLG danach, so. Nice, ich bin nicht in die Luft geflogen. Bin jetzt nicht so geil. Nochmal. Ich glaub ich, ich hab's eh falsch gemacht. So. Ich muss hochspringen. No, als ob. Das versteh ich nicht. Ist sein Ernst. Wie viel Spaß haben. Ja. Boom. Hat sich einfach ein Schwert gemacht, der Assi. Gucken wir mal kurz mal kurz hinz. Fuck, ich bin zu langsam. Ja, shit. Was? Engel. Ist? Ich bin da schwennt. Jaa. Ich hab Corewebs. Ein Coreweb. Fuck. Und ein Crafting-Table. Wenn jetzt kommt, das wär so assi. Komm, ich hole mir. So. Steinschwert. Easy. So wird das hier gemacht. Zwei. Drei. So ein bisschen tanken und auf die neun vielleicht noch ein Co-Web. Nice. Bereit. Daneben. Ich zieh dir mehr. Bruder. Oh shit. Er ist gequittet. Was war denn das für ein Kampf? Bitte. Ist doch lächerlich gewesen jetzt. Ja. Hm. Warum? Warum macht man aufm... Oh Gott. Ich geb ihm einfach die Combo of Death und dann ist gut. Ja. Da geht er dann. Ihr seht. Is. So. Ab und zu darf man das schon mal reißen. Ernsthaft. Muss man gut platzieren. Lava. Nein. 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 Iis. Ich glaube er hat es nicht gecheckt. Ah. Nein. Ich bin low. Ich bin low. Ich bin low. Woop woop woop. Woop woop. Er wurde doch getroffen. Ich hab keinen Trink mehr. Das ist ein bisschen ärgerlich. Kann man abbauen? Wenn ja. Ja. Ich mach mir jetzt ein Schwert. Easy. Nein. Total lahm. Ja. Schon bist du gebumst. Ich hab das Schwert. Ja. Wie. Wie. wie ... als ob der mich kriegt ... doing mad ... Ausloser nicht någon cuanto. Also ... Wo halt ... Danke für mein Wasser. Für mein .... wo ... komm schon ... Zuck. und abkürzen nein 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 weiter ist es sein ernst ich habe auch ein wasser hier abgezogen so nicht so kann müssen links mit dem schwert rd-combo am ende rausgeholt schade geschrieben immerhin ein guter mann krieg ich eh wieder ja ich würde eigentlich sagen ich kriege ihn eh wieder durch meine kombos belastend war bekomme er kann doch nicht machen richtig leid das ist das ist das spiel sein bitte ich schwöre dass anfänger der pvp-szene tut mir voll leid weil mich war auch mal so schlecht etwa würde jetzt nicht mehr denken natürlich hee nicht dafür kommt er wird gar nichts im pvp da geht er dann ich gesagt dass sie wollen kommt es zu teilen er ist ich finde die Lederbotser vor unnötig Bruder Oh nein, du tust mir nicht an. Komm. Ich mache ihm wahrscheinlich am meisten Damage, weil ich immer abwarte, als der Cooldown weg ist. Hab ihn. GG. Nice. Ähm, ich glaube es startet auch gerade kein Turnier, sonst würde ich hier auch reingehen. Unsichtbarkeit, nein, Schlechtigkeit. Nice. Hat der... Oh. Und ich dachte, das wäre ein geiles Kind, ne? Ist immer wieder das gleiche. Immer diese Scheiß... Oh! Oh! Kombo! Wambo-Kombo! Nein, keine Wambo. Aber ne Kombo. Ach, come on, Alter. Wie er rumlegt, da kann man ihn ja auch gar nicht treffen. Ohne Witz. Was? Warum macht man denn sowas? Das war knapp. Ah, das war knapp. Oh, nice my name. Was? 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 Ich schätze mal, er fühlt sich grad wieder Pro, weil er Gräppengeppe gegessen hat. Ähm... WTF? Ah, ich brenne! Fuck! Ah, ich brenne! Fuck! Yes, man! Yes, man! Kommt! Ich krieg ihn! Ich krieg ihn! Eindeutig! Yes, man! Nice Kombo! Okay, er hat sich da schon gehielt. Scheiße, ein Trick, so. Oh! Komm! Yes! Double it! Oh! Fuck. Bin ich dumm? So. Kannst du ein Wässer grab mal weg hier. So. Na. Komm. So. Komm mal. Er ist echt gut. Also. Dafür. Oh. Er spammt Enderpan. Du suckst. Ist doch gerade mega. Alter. Come on. Geh doch mal down. So ein unendlicher Kampf. Der dann so 5 Stunden etwa dauert. Gefühlt. Come on. Okay. So. Oh man. Meine Stimme ist wirklich im Arsch. Es ist sein Ernst. Ich geh jetzt instant rüber an. Finish ihn. so schnelligkeit freie Resistenz um zuerst ins ist für die Schärfe nehmen ich meinen Elfe Verbrennung um für die Gruppe in Schütteln seit 20 mit dem Krieg ich kurz für mich er trifft nicht er trifft nicht ok aber ich habe nur ein heal benötigt da er spielt Pinto doch dann hat weniger da kommen man nein als ob die fuff muss ich mir kurz runterstehen ich sterb schon nicht also double hier notfalls könnte ein bisschen besser auf den gegner fokussieren weil lang läuft weil mit so einem hohen f- oh, ist er noch fern? leooool, meine ganzen healingsplotze sind in meinen inf gerutscht mit so einem fuff würde ich eigentlich nie spielen oh nice, der speed effect ist weg kurz mal hier hin fuff wieder zurück stehen auf quick pro so schick, bald ist auch die feuerresistenz weg naja, zwei minuten, na gut boom oh, that combo mean? ich verpanne richtige warme kombos damal- da ombo und kombo bombo, 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 bombo lambo booh, der musste sich schon fünf ils altri haben oder so, fraきем hashtag muss ich richtig oft hin aber ich hab ein bisschen oh Gott ich hab nichts gut gemacht so verkackt komm schon mann oh ja yes mann komm mann ich krieg ich dich krieg ich dich komm schon ich krieg den noch ich krieg den noch ich krieg den noch so ich krieg den so auch wenn ich mich gerade mega konzentriere weil ich die Kombo auf das geben oh yes triple oh da ist was kaputt gegangen oh fuck er wird merken dass er schnell da und irgendwelchen crit hatte er geht doch schnell da und so ein letzter kampf macht jetzt endlich das ist ein gutes abschluss kit ist der Tim 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 auf ja boob 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 Ich weiß auf jeden fall Diese Folge wird auf jeden Fall Warmbecombo heißen Die ist so geil Na gut Leute, dann würde ich es mal sagen Was ist auch für die heutige Folge Ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ihr da seid, dann lasst aber eine kleine Frische Bewertung da Wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt Lassen aber da Leute, ich wünsche euch noch Einen schönen Tag Und Tja